hallo liebe zuschauer hier ist der frank schuh von elliard waver live willkommen zu dieser marktübersicht heute hier die erste in diesem jahr ich wünsche ihnen für das neue jahr alles erdenklich gute das wird sicherlich ein anspruchsvolles ein schwieriges jahr werden aber das werden wir schon meistern los geht's mit der marktübersicht im dax index im fünf minuten chart wir haben hier im fünf minuten start im dax hier um die abel 1 hier und die welt 2 wir sind hoch in der welt 3 unterwegs im 15 minuten chart das gleiche bild aber hier eine große 1 eine große 2 und da sind wir in der 3 der 3 1 2 3 im 30 minuten chart da sind wir auch hier welle 1 welle 2 hoch in der 3 der 3 im stunden chart da sind wir hier welle 1 welle 2 da soll hier oben die welle 3 dann beendet werden ungefähr bei 14.300 oder etwas darunter und dann soll es runter gehen in die welle 3 der vier stunden chart der zeigt uns steigende kurse hier die 1 hier die 2 wir sind in der 3 der 3 und dem acht stunden chart hier unten die 2 und das ist die welle 1 der welle 3 da geht es dann auch weiter nach oben hier bitte vorsicht diese welle 2 die ist nicht sauber abgeschlossen das heißt jetzt ist die frage ob die zu ende ist aber das wird sich jetzt bald entscheiden weil im moment haben wir steigende kurse und wenn der kurs hier die makeover-reglinie reist dann sind wir durch nach oben ansonsten sehen wir nach dieser kleinen erholung dann ansonsten noch mal ein tief das bleibt abzuwarten jetzt geht es weiter mit dem nasdaq im 5 minuten chart haben wir hier oben eine 1 hier eine 2 hier eine 3 dann müsste jetzt gleich eine 4 und eine 5 kommen nach oben hier haben wir im 15 minuten chart unten die 1 hier oben die 2 das heißt die machen wir fertig noch ein stückchen und dann soll es weiter runter gehen in die 3 im 30 minuten chart das gleiche bild fast die welle 2 beendet im stunden chart auch fast die 2 beendet im 4 stunden chart da haben wir auch die 2 so gut wie beendet wenn wir aber hier die 2 haben dann müssen wir mal schauen hier ist dann moment die welle 3 der 3 lass uns kurz orientieren die 4 die 5 so dann geht es runter 1 2 3 ja das müsste schon hinhauen soweit das heißt die maße stimmen soweit hier der rücklauf war nicht besonders toll von der welle 2 wenn man bedenkt dass hier die 1 so lang war dann hat die nicht viel rücklauf gemacht hier im 8 stunden chart auch das bild runter in die welle 3 jetzt geht es weiter mit dem s&p 500 wir haben hier unten die welle 2 beendet und wir sind auf dem weg in die welle 3 nach oben im 15 minuten chart haben wir unten die welle 2 und laufen ebenfalls hoch in die welle 3 die nicht mehr als so weit weg ist im 30 minuten chart das gleiche bild im stunden chart das gleiche bild die 3 da oben im vier stunden chart da soll es aber runter gehen wobei das natürlich daran liegen kann dass hier die welle 1 abgeschlossen wurde und wir gerade noch dabei sind die welle 2 zu beenden das heißt übergeordnet sind wir ja nach unten unterwegs aber in den kleineren zeiteinheiten sieht das dann noch solange wir das nicht beendet haben hier wie ein aufwärtstrend aus das heißt hier haben wir noch ein bisschen rücklauf noch ein paar zentimeter und dann kann es wieder runter gehen im 8 stunden chart das gleiche bild der ist total einheitlich das heißt wir steigen kurz und dann geht es weiter runter nun der dow jones index im 5 minuten chart wir haben hier unten eine welle b das heißt wir machen oben auch eine c zu ende das heißt wir gehen erstmal hoch hier ist schon die c und die 2 das heißt hier dürften wir auch fast das ziel erreicht haben oben das ähnelt so ein bisschen den anderen indizes die auch noch ein bisschen nach oben platz haben und dann kommt da oben deckel drauf ich muss doch kurz schauen was meine position machen damit ihr nichts anbrennt bei dem ganzen stress muss ich auch noch handeln zwischendurch so moment alles klar das passt also also hier noch einen kurzen anstieg eigentlich hätte das schon erreicht aber der setzt sich vielleicht noch ein bisschen höher die 2 und dann geht es runter im 15 minuten chart das gleiche bild im 30 minuten chart da sieht es allerdings anders aus da geht es weiter hoch in die 3 und im stunden chart da geht es runter hier ist die 2 wieder die wir eben hatten so hier müssen wir aufpassen diese welle 1 die kommt von hier oben 1 2 3 4 5 diese welle 2 diese 2 ist gerade dabei die hier zu reißen dann geht die darüber hinaus das heißt in dem moment ist diese zählweise hier nicht mehr valide und der wird die zählweise anpassen der algorithmus so dann wird er hingehen und sagen okay das hier ist die 1 und diese 2 die kommt erst später weil wenn das hier reißt dann wird auch wahrscheinlich das hier reißen das heißt dann wird diese zwei einfach etwas herkommen ich schaue mal kurz zu einem 15 minuten chart ne wir sind im stunden chart da kann man das schon mal berechnen wir kommen von hier oben und da hätten wir ja noch ein bisschen platz nach oben hier für diese welle 2 sollten wir vielleicht mal auf dem schirm behalten weil das hier wird vermutlich gerissen werden oder ist schon quasi durch so hier sind wir durch hier sind wir gerade eben durch so mit einem millimeter das heißt diese zählweise hier wird sich umstellen im algorithmus damit müsst ihr jetzt rechnen aber da wir im stunden chart sind ist das natürlich auch mit mindestens einer stunde verzögerung verbunden das ganze ja dann im vier stunden chart im grunde genommen das gleiche wir sind hier auf dem weg aber nach oben also das stimmt im grunde genommen hier weiter nach oben und im acht stunden chart ebenfalls aber das heißt nicht dass wir jetzt hier zwingend wie es der algorithmus sagt einen aufwärts trend haben es kann sein dass wir jetzt erstmal steigen denn diese welle 2 hier die hat auch noch keinen rücklauf gemacht unten ich denke mal dass wir dann noch mal runter kommen aber das wird sich zeigen das sind jetzt mutmaßungen ja so der euro der ist heute sehr speziell wir haben hier im algorithmus hier oben eine welle 2 und gehen runter in die welle 3 im 15 minuten chart haben wir hier eine welle b und dann möchten wir da unten eine welle c fertig machen und da sind wir in einer welle 3 in 30 minuten chart das gleiche hier oben die b hier die 3 nach unten und hier das gleiche bild aber er zeigt uns nicht wo die c ist bisher mal gucken wo die kommen soll aber der hat ganz schön abtrieb der knabe hier haben wir auch die b und da sehen wir es dann da unten die welle hier bei 1 3 so weit will er jetzt runter gehen und hier auch ja prima also da ist noch ein bisschen platz bis in den bereich 1 3 und dann sieht der algorithmus den nochmal steigen dann das natural gas wir haben hier eine welle 2 hier die 3 die 4 und hier die 5 die 5 macht eine 3 voll es geht weiter runter im 15 minuten chart auch die 3 unten es geht weiter runter im 30 minuten chart das gleiche bild mit der 3 unten im stunden chart haben wir auch hier unten die 3 dann machen wir die 5 voll aber dann haben wir die nächste 3 vor augen da geht es nochmal weiter im vier stunden chart haben wir auch nochmal die große 3 und das ganze liegt hier im bereich 3 und das ganze liegt hier im bereich bei 3 90 circa und im acht stunden chart haben wir auch eine 3 wo das am ende hin soll ist noch nicht ganz klar also er hat es nicht geladen so jetzt sehe ich hier gerade ich habe hier ein paar wellen verloren hier zum beispiel im dow jones hier im öl das hier sieht auch nicht gesund aus im silber so jetzt machen wir weiter mit dem wte crude oil da haben wir hier oben eine hier unten eine welle 2 oben sind wir in der welle 3 da geht es weiter hoch hier im 15 minuten chart da sehen wir auch hier oben die 3 im 30 minuten chart da haben wir unten eine b das heißt wir sind in einer welle 3 aber innerhalb einer welle c also kommt da oben eine art begrenzung irgendwo im stunden chart da sind wir auch auf dem weg nach oben in die welle 3 das sieht noch ganz schön nach schmackes aus hier da kommt noch einiges hier 3 dreien also da ist noch viel luft nach oben jetzt dann haben wir hier so die 3 nach unten das heißt er will übergeordnet nach unten gehen das wird sich aber zeigen wir haben hier eine welle 2 hier geht es in eine welle 3 der welle 3 aber jetzt sehen wir auch hier schon wieder folgendes das hier ist gerissen das heißt diese zählweise wird auch obsolet sein die wird umgestellt werden vom algorithmus gerade im moment ja gut neues jahr die karten werden neu gemischt das ist ganz normal jetzt werden so einige dämme brechen und dann haben wir im 8 stunden chart das gleiche thema hier können wir uns darauf einstellen dass diese zählweise nicht mehr haltbar ist wahrscheinlich heute nachmittag im marktausblick sieht das schon anders aus in einigen märkten jetzt das gold im 5 minuten chart da haben wir oben die 3 wir gehen runter in die 4 und jetzt gehen wir hoch in die 5 im 15 minuten chart gehen wir auch hoch in die 3 aber auch in die 5 im 30 minuten chart wenn wir die 2 hier unten beendet haben gehen wir auch hoch in die 3 im stunden chart gehen wir hoch in die 3 im 4 stunden chart da gehen wir hoch in die 3 und hier oben bei der c und der 2 soll dann irgendwo schluss sein im 8 stunden chart das gleiche bild so und jetzt noch das silber hier oben haben wir eine 2 wir gehen runter in die welle 3 im 5 minuten chart im 15 minuten chart da haben wir hier oben eine welle 3 eine 4 wir gehen hoch in die welle 5 und hier in diese 3 im 30 minuten chart geht es auch hoch in die 3 im stunden chart geht es hoch in die 3 und dann ist hier oben direkt die nächste 3 im 4 stunden chart geht es hoch aber jetzt sehen wir hier oben schon wo das hinführt nämlich hier wo die c und die 2 das ganze begrenzen nach oben hin im bereich von 25 circa und im 8 stunden chart das gleiche soweit so gut das war die marktübersicht jetzt für heute morgen das wird sicherlich noch ein paar interessante überraschungen geben schon vielleicht heute weil mit dem neuen jahr ändert sich sehr vieles hier weil im dezember sind die markthändler die großen immer darauf erpischt noch eine rallye hinzukriegen weil die damit natürlich auch ihr einkommen erhöhen jetzt ist es erstmal so dass wieder erfahrungsgemäß davon wieder ein bisschen was verkauft werden sollte aber wir werden sehen indizes sind wir im moment noch steigend dollar fällt sehr stark und das wird jetzt noch ein bisschen so laufen und dann kehrt sich das um das heißt dann haben wir hier erstmal wieder fallende indizes und auch hier der euro dürfte sich nochmal ein bisschen erholen wieder so alles klar soweit ich danke fürs zuschauen alles liebe bis heute nachmittag zum nächsten marktüberblick hier ist der frank schuh von erja tveva live live